Das ist nicht zufällig ein Füller. Doch, genau, ein Füller. Er wurde von Obadaya Banana, dem Gründer unserer Familie, benutzt, um die Registrierung zu unterschreiben, als er hier einwanderte. Es war ein sehr teures Stück. Ich sag euch besser nicht, wo er ihn verstecken musste, um ihn sicher zu transportieren. Oh Mann, ich würde den Verstand verlieren, wenn jemand darauf rumkauen würde. Aber egal, bitte nehmt diesen neuen Stift an und lasst uns Freunde sein. Wir müssen zu seinem Schließfach, bevor er sieht, was wir getan haben. Vielen Dank, wir müssen los, ciao. Augenblick, ich danke euch für diese wunderschöne Lösung. Banana Joe, du kannst schon gehen. Für euch zwei muss ich noch einen Flurpass ausstellen. Gamboll. Lustiger Name, nicht wahr? Mit zwei oder drei L's? Zwei, zwei L's. Wie dumm, ich hatte nur eins geschrieben. Mensch, sie hätten doch einfach noch eins dranhängen können. Natürlich, ich dummer alter Hippie. Ich schreibe einen neuen aus. Oh, sie sind alle. Dann muss ich noch ein-drucken. Dann los! Hä? Oh, bitte drucken Sie! Ja klar, hier ist er. Alt und zuverlässig. Wie er wohl funktioniert? Lassen Sie uns gehen, okay? Ihr scheint mir etwas gestresst zu sein, Jungs. Wollt ihr zwei vielleicht ein Tässchen Kräutertee? Der ist wirklich sehr gut für die Nerve. Mr. Small? Okay, komm. Wohooo! Oh! Hey! Dreht euch um, ihr Feiglinge! Haha! Nein, danke! Dreht euch gefälligst um und stellt euch der Trachtprügel, die ich euch verpassen werde! Wäre es dafür nicht besser, wenn wir so stehen bleiben? Dreht euch um! Schöner Mist! Was machen wir denn jetzt? Ich stelle einen Kaffee und so. Was meinst du? Okay! Na das ist ja toll! Gleich kommt jemand um die Ecke, sieht ihn da liegen und hält uns für grausame Monster! Und das sind wir auch! Wegen uns hat sein Auge verloren. Wir haben ihn mit einem Spiegel attackiert. Wir haben seinen Kleber durchlöchelt und auf seinen Sachen rumgekaut. Er hat eine braune Bananendruckstelle auf seinem Gesicht. Und wir haben das wertvollste ruiniert, was eine Familie je gehört hat. Er hat auf deinen Stift gekaut. Das ist doch jetzt Wumpe! Was sollen wir denn jetzt machen? Was wird denn das? Es muss so aussehen, als hätte er gewonnen! Ja, dann wären wir quitt! Und wir könnten wieder Freunde sein! Und niemand wird hier herfahren, wie schlecht wir zwei sind! Bananajo! Bisse! Nicht das Gesicht! Oh nein! Nicht mit den Ellbogen! Hey! Zieh mir einen Zahn aus! Warte! Halt, halt! Das ist total übertrieben, oder? Wir nehmen jetzt Position ein! Was ist passiert? Du hast uns vermöbelt wie irre! Das ist passiert! Grandios! Oh, ich meine, es tut mir leid! Wie konnte es nur so weit kommen, Leute? Es war unsere Schuld! Wir wussten das mit den Füller nicht! Naja, Oberdeyer Banana hat immer gesagt, man hat erst verloren, wenn man einen Freund verliert! Und ich will wirklich nicht, dass uns das passiert! Es ist so dämlich! Gruppen drücken! Au! Au! Was ist das? Oh! Hier, Darwin, dein Stift! Was? Dein Stift! Da sind deine Initialen drauf! Moment! Oh Mann! Weißt du, was das heißt? Na, dass der Stift, den du Joe geliehen hattest, mein Stift war, nicht deiner! Und ich hab drauf rumgekaut! Ich kaue immer auf meinen Stift! Haha! Ist das nicht komisch? Die ganze Streiterei war umsonst, weil ich die ganze Zeit den Stift in meiner Tasche hatte! Ziemlich witzig, oder? Ja? Jungs? Ja! 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 Ja!